Willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level per day. Flags D hat uns Firefighter eingesendet. 30 von 111 Leuten haben es geschafft. 3,24 Abschlussrate. Okay, hat keinen Sinn. Alarm, Alarm. Na, ist hier jetzt irgendwo ein Notfall? Okay, warum hat das Level so eine niedrige Abschlussrate? Oh, shit, das war doof. Fire. Da kommen die immer mal als Sicherheit mit. Das soll wahrscheinlich, äh, Feueralarm darstellen. Und tschüss. Irgendwas kommt da von oben noch runter. Hä? Was? Das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Das war einfach, ähm... Arsch. Dumm, 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 dumm. Moment. Nein, stop. Ja, genau hoch. Danke für den Helm. Ne, ich warte. Das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht, ob ich da oben lang soll. Stupid girl. So, jetzt räumen wir hier mal auf. Braucht man nämlich nicht. Hamburg-Feuer. Das macht das Ganze nämlich schon mal viel einfacher. Wir warten, da kommen immer zwei. Ha! So, und schon ist das Ganze doch... ...viel simpler gestrickt. Ne. Ne, ich will meinen Helm wieder. So, und ich möchte noch einen. Genau. So soll's sein. Ich frage, die ich mir jetzt stelle. Kann ich auf die drauf springen oder nicht? Ja, kann ich. Gut. Huh. Hat mich jetzt gerade ein bisschen so an den Sound von Half-Life erinnert. Moment. Ist da was? Nein, ist da nicht. Schade. Oh. Moment. Was hat das jetzt zu suchen? Can you explain? Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Der Bowser darf nicht an die Flammen kommen. Muss da runter. Kann das sein? Nein. Nein, 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 nein. Och, nein. Nein, 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 nein. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Eigentlich ein gut desigendes Level. Das hat wirklich hauptsächlich mit Flammen zu tun. Nein, nein, nein. Ich spring gleich selber, komm. Lock zerstört. Nee, Bowser, kannst du knickeln? Knicken noch ein Abheften, Bowser. Nein, nein. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Komm, spring nochmal. Spring nochmal. Einfach springen, weil du es kannst. Nein, nein, nein. Runter. Egal. Puh, super, jetzt wieder nach oben. Mann. Wow. Bowser, du bist ein kleines, kleines, blödes... ...Gixen. Gibt hier. Ja, komm, und jetzt... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, komm her. Und falls, nehme ich dir jetzt in Kauf. Nein, Bowser, wie kannst du... Wie kannst du zurückspringen? Nein. Ach, komm. Oh, jetzt schießt er nicht mal so hoch. Genau, und jetzt... Und jetzt... Ja, komm. Ja, ja, ja. Goodbye, Bowser. Endlich. Boah. Am Anfang dachte ich mir, gut, normales Level. Und dann wurde es auf einmal immer interessanter. Also du hast wirklich am Anfang eine Einleitung gemacht, die gar nicht darauf hindeutete, was es genau werden sollte, Flex. Und da muss ich sagen, wirklich der Anfang, die Einleitung, du gehst zur Feuerwehr und so weiter, Alarm. Du hast also eine Geschichte erzählt und die Geschichte hast du wirklich gut erzählt. Muss ich sagen, doch. Und zum Schluss, der Bosskampf war herausfordernd, aber ich habe es dann noch geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Traut rein. Tschüss, tschüss.